So eine weitere Bauchübung für die geraden Bauchmuskeln, dafür lege ich mir die Rolle in den unteren Rücken, die Beine sind aufgestellt, jetzt spürst du schon Bauchnabel nach innen ziehen, die Spannung auf den Bauchmuskel kommt, die Hände an den Hinterkopf, der Blick immer leicht nach oben, damit der Halsenverlängerung der Wirbelsäule bleibt, ausatmen hoch, einatmen tief, ausatmen hoch und du wirst schon spüren, du brauchst keinen großen Bewegungsumfang, kleine Bewegung aber dafür aus dem Bauchmuskel reicht vollkommen aus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.